Hey Leute und willkommen zurück zu einem erneuten Video auf dem GOMHD.net Server. Wir spielen Ender Games mit dem Gitch Stomper. Das ist jetzt glaube ich schon mein ungelogener fünfter, sechster Versuch etwas aufzunehmen, weil ich werde immer wieder abgestaut und es ist egal wie gut man ist, also ich finde wenn man schon zwei Gegner zeressen hat, und dann der dritte auch noch kommt, schafft man es einfach nicht, man hat jetzt zum Beispiel das Kit Vampir oder so und ist dann doch schon ein bisschen anstrengend. Aber na gut, versuchen wir es nochmal neu. Stomper kann von einer höheren Ebene runterspringen, beispielsweise jetzt von hier oben, also ich glaube ab drei Blöcken geht das, mit einem Jump natürlich, runterspringen und er macht einen One-Hit auf jeden Gegner. Also am Ende der Runde ist es eigentlich verdammt praktisch dieses Kit zu haben, weil mal angenommen jetzt, man hat als Gegner einen Link, kann man gegen den Link sowas von easy gewinnen. So die Kiste ist da gerade erst versprochen, die war schon etwas länger hier schon drin. Und dann so, jetzt hier. Oh, drei Dämpfe pauschen, sehr schöne Kiste. Und da haben wir auch eine. Naja, also kann dann gegen Link so, ich sag mal, easy gewinnen. Und eben einfach auf den Kopf springen. Ähm, ja. Aber das, also was ich sagen muss, das Kit Link wurde gepatcht, also getrosselt, genervt, wie man es jetzt nur nennen will, ist ja eigentlich egal. Ist ja eigentlich egal. Äh, wurde genervt, gepatcht, wie man es, wie gesagt, nennen will. Ist ziemlich ätzend, macht mir selber, also ich find's nicht cool oder so. Ganz im Gegenteil, find's eigentlich sogar echt nervend. Aber na gut, daran kann man nur nichts ändern. So, da haben wir nur einen Speedblock. So, Posts machen die auch da. Ich weiß jetzt nicht, welche Kisten, ja, die nehmen wir auch noch. Ja, da sind die Kisten, die schon da waren. So. So, dann versuchen wir direkt mal jetzt den Begner zu finden. Obwohl, die sind schon ein bisschen weit weg. So, hopp, hopp, also ich könnte rein theoretisch vom Baum springen oder sowas und dann, was war das denn? Aber egal. So, zack, zack. Ähm. So, gucken wo der jetzt den Gegner ist. Ja, auch noch relativ nahe. Leider, Danny direkt am Mampfen. Gummibächtel. Ist nicht so. Ok, schade. Nein, ich hab das Shared nicht. Ok, hab ich. 2-Bilden-Kopf-Kopf-Schwein. 4 ist öffnig. Ok, dass ich häufig nicht einfach benutzen kann. Aber egal. So, geht's direkt mal weiter. Mist, ich treffe mich irgendwie selber. Ja, da kommt direkt der nächste. Das heißt, ich muss einfach weg. Ich weiß jetzt nicht, was er für ein Kit ist. Ok. Noch viel weiter. Häufher folgt er mich nur nicht. Ok, wir anfangen mal nach oben. Da oben bin ich relativ sicher. Zum Craften oder sowas. Gucken, hab ich irgendwas zum Craften. Hm. Hm, nö. Ich könnte mit der Schuhe machen. Sauber. Dankeschön. Richtig lieb von dir. Ich mag es. Ähm. Ja, hier. Ich weiß nur nicht, was ich gerade wegwerfen soll. Deshalb passelt er noch irgendwas krasses? Im Eisen? Ich weiß es auch nicht. Ich hab's aber nicht ganz gesehen. Ja, genau. Da habt ihr es auch gesehen. Einmal runterspringen auf den Kopf. Und er ist down. Sag mal, warum hat denn der... Ja, ok. Hat hier irgendjemand vielleicht Langeweile oder so? Ich mein, ist ja ok. Weißt du. Wenn ja, dann sag's einfach. Aber die ganze Zeit, ich verstecke mich oder ich stecke weg und so zu machen, ist ja auch Langeweile. Ich hab hier echt die unnötigsten Sachen. Ok, ich hätte sowieso gedacht. Ja, ok. Ich bin eigentlich schon, ich glaub mal so gut wie ein Popo. Ok. Ok. Äh. Das Mist, Mist, ja. Ja, doch nicht. Boah. Ich hätte grad fast die Damage Potion geworfen, hast du das gesehen? Knapp, dass er... Richtig knapp. Dass er wirklich ein Essen hat. Aber warum hab ich so viele Damage Potion getrunnet? Bring mir ja auch nix. Was? War da aber ein Goldapfel noch. Ich hab... Im Essig. Hm. Ich will doch eigentlich nur Knie da. Was sollst du? Hm. Ich lass mal ein bisschen daneben. Ah. Da hat ein Bogen. Okay. Den hab ich. Ähm. Der hat aber auch nichts krasses, ne? Guck dir die Diamanten an. Okay. Geil. Jetzt muss ich aber echt langsam mal sortieren. Also die Runde ist relativ langweilig, wie ich seh. Guckt's mir auch noch leicht vor euch, aber na gut. Oh, stimmt. Warte mal. Zwift, was ist das überhaupt? Ja. Jetzt hab ich kurz verwirrt. Ja. Ich hab das. Ha. Na, ne. Na, ne, na, ne. Dann ist mal hierhin, ne. Wer ist da? Den will ich am liebsten haben. Das ist auch gut. So, 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 so. ich will doch nur deine brustplatte haben Wenn du das versucht hast, weißt du auch nicht so ganz, oder? So, niemanden was anderes kennen, niemanden was anderes kennen, auch geil, für deine Kisten gehe ich jetzt nicht, ich bin ja Full Gold, Full Gold, Full Deer, aber ich war jetzt ein bisschen konzentriert, entschuldigen, weil ich auch generell so, wenn ich geredet habe, sollte ich mal ein bisschen verzaubern, so, Schaden ist. Hä, jetzt noch mal eins hier. Oh, da war eins. Ach Gott. Fass ich. Nee, wieder nicht, oder? Zu riskant. Mal weiter. Zapp. Da oben. Oh mein Gott, wie schlecht, Kevin. Ja. 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 So. Hey. Na du? Ja. 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 Ich meine, meine Mühe dimensional. Ja. Ja. Nein. Ja. Oig. Ich muss was essen, nicht? Kein Holz. Das ist nicht so gut. Das ist aber auch ein krasser Bogen. Okay, hab ich. GG. Ja ne, lieber nicht. Ja, sag mal, was soll der Dreck? Wie passt er das mit diesem Bug? Ist echt ätzend. Ich hab keine Ärzte mehr. 20 Tier hat auch keine Ärzte. Ich hab keine Ahnung. So, mal gucken. Das fehlen sich wirklich. Ich brauch ein paar Äpfel. Nicht verkehrt. Hallo, Duda. Nein. So was mach ich nicht mit. Ist bestimmt irgendwie so Explosions-King oder so. Oh Mann, du hast ja gar keinen Ping. Junge. Okay, da tut mir echt leid für dich. Ja, dir auch. Also generell, GG. Also der am Ende jetzt, der Ping, da war der aber ordentlich weg. Ja, also. Bisschen mies, aber gut. Zwölf Minuten ging die Aufnahme jetzt. Ja, 13 Minuten. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann. Ja, dann hat es euch gefallen. Ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.